Ich weiß, dass eine schlechte Sache ist, aber dieses Mal werde ich die Squishies aufschneiden. Einmal dann hart und danach dann soft. Also hart einfach so über die Zeitung und soft hier rein, weil das echt schon so soft ist. Also mach mal so ein paar Dinge, warum ich die Zeitung weiterlege, weil ich anstatt, dass das die Konflikt kommt und ich kann dann schwer verschieben. Ich habe immer so einen Bild, aber so, damit ich schon ein bisschen schützen da ist. Okay, mehr gibt eigentlich auch nichts zu sagen, ich brauche nur noch eine Schere und dann mit den Fasen, so, ich schneide den jetzt auf, aber das ist total dreckig, ich habe schon ein bisschen damit gespielt, wie der ist endlich auf den Boden gekommen, na, egal. Der ist auch nicht geschützt. Es ist einfach nur so eine Hülle, damit es besser aussieht. Alles klar. Also ist es einfach so Gummi. Okay, ich labere jetzt nicht so viel und dann gehe ich mal ans Richtige aufschneiden. Ich habe mich auch schon so gefällt. Hä, wieso ist das, kann ich das irgendwie so, deswegen, ich dachte erst so ein sandiger Teil, ja, ist immer, trotzdem kühlt sich sandig. Ja, das ist voll guter Slime. Okay. Oha. Ich behalte das. Das werfe ich auch nicht weg. Das ist mega geil. Ich versuche das da jetzt mal rauszubekommen. Die könnten genauso gut eine Kneteabteilung machen. Oha, hier ist das. Hier ist das. Ein paar Kinkummi-Teile. Und eher da und rein. Hier dran. Hier dran. Hier dran. Hier so ein Loch. Und drauf Room. Ja. Das ist süß. Untertitelung. BR 2018